Die Runde, Versuch Nummer 4 für Maligna, den Held des Monats März. Ich benutze mal ein anderes Aufnahmeprogramm, in der Hoffnung, dass ich die Probleme nicht mehr habe, welche sich so darstellen, dass einige nur 5 oder 6 Sekunden dieses Videos sehen. Maligna ist erstmal, wie ich finde, schön gezeichnet, ästhetisch. Eine Dunkelelfe, gefühlt mit Hörnern, also irgendwas Harmonisches dabei. Der typische Hintergrund, ja, toll, lila ist nun mal so mit dieser Burg im Hintergrund. 5 Sterne, Klerika, Klerika finde ich, ist immer eine schöne Klasse, beziehungsweise eigentlich eine ätzende Klasse, weil ich gerne mit Proteus spiele, beziehungsweise mit Hänsel und dementsprechend Klerika widerstehen genau solchen Mana-Blockierungseffekten. Also ist das schon mal eine gute Klasse. Sie hat zwei passive Fähigkeiten. Die erste ist, so wie ihr Mana geklaut wird oder ihr Mana generell reduziert wird, dann springt diese passive Fähigkeit an, die ihr 94% Verteidigung gegen Heilig gibt. Ihre zweite Fähigkeit ist, dass sie immun gegen Lebensdiebstahl ist. Das heißt, sollte jemand wie zum Beispiel Wanda, macht Wanda, ja, Wanda klaut ja Heilung, die ein Held innerhalb der nächsten Runden bekommt, dagegen ist sie vollkommen immun. Zu betrachten hier und vor allen Dingen zu beachten ist, dass Maligna mit vollen 20 Emblemen ist. Ich kann leider nicht sagen, ob das der Schwertweg ist oder der Rüstungsweg. Dementsprechend ist es schwer zu sagen. Ihre Grundwerte sind auf jeden Fall Angriff 766, Verteidigung 741 und Lebenspunkte 1339. Die Werte schreibe ich nochmal unten rein. Sie ist mittlere Mana-Geschwindigkeit und macht 260% Schaden auf drei Ziele. Und dann kommt noch was oben drauf. Nachdem sie Schaden gemacht hat, wird quasi ausgewürfelt. Und für all jene, die Fortuna so sehr den Hintern pudern, dass es sie nicht beeinträchtigen wird, die können bei diesem Held zuschlagen. Für alle anderen, die meinen, dass sie eher Pechkinder sind, jetzt wird es gemein. Die erste auslösende Fähigkeit, die sein kann, die zusätzlich auf diese 260% Schaden draufkommt, sind minus 54 Verteidigung, minus 54 Attacke und minus 24% Mana-Generation für drei Runden. Das ist richtig übel. Die zweite Auslösung wären minus 16% Verteidigung für drei Züge. Und die dritte Auslösung, beziehungsweise die dritte mögliche Auslösung wären minus 16% Attacke für drei Züge. Und natürlich der Elemental Link, wie bei aktuell und den zukünftigen Helden aus diesem Fünferpack ist. Wenn ausgelöst wird, dann bekommen alle lila Helden eine kleine Menge Mana für vier Runden lang. Wie klein oder wie groß diese kleine Menge Mana ist, habe ich offiziell noch nichts gehört. Ich habe mal Forumsbeiträge gelesen und gewälzt und da war es so, dass man übereingekommen ist, dass diese kleine Menge ungefähr ein Schild pro Runde ist. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen, weil ich den Held des Monats Januar nicht besitze und ich Oreos zwar habe, aber offen und ehrlich gesagt noch nicht darauf geachtet habe. Den habe ich auch erst einmal eingesetzt. Dementsprechend kann ich nicht sagen, ob das wirklich so ist. Generell macht diese Fähigkeit, wenn die erste ist, Hammer. Auf drei Ziele, das ist richtig übel. Da kann man ein Team rausnehmen. Ist halt aber auch nur die Chance von einem Drittel. Das heißt, jedes dritte Mal die Auslösung ist richtig gut und die anderen beiden sind, naja, ist halt okay. Minus 16% auf Angriff oder Verteidigung für drei Züge ist besser als nichts. Aber zu beachten ist halt, dass das erste halt besonders krass ist und die anderen beiden weniger gut. Die Chance ist, wie gesagt, ein Drittel. Ein Drittel bei Danze Burado, dem gelben Held, ist meistens so, dass der sich eigentlich ins Aus schießt. Und gefühlt, das mag subjektiv eingefärbt sein, habe ich es geliebt, gegen Danze Burado zu kämpfen, weil der sich häufig, so hat es sich bei mir eingebrannt, häufiger selbst rausgenommen hat. In diesem Sinn muss ich einfach sagen, ist das was für Glücksspieler. Ich mag feste Werte. Das Spiel ist generell schon ein Glücksspiel. Dementsprechend brauche ich nicht bei den Werten oder bei den Fähigkeiten auch noch Glücksmomente zu haben. Oder besser gesagt, vom Sieg abhängige Glücksmomente. Dementsprechend muss ich sagen, ist sie für einen Angriff im Monoteam sehr wohl geeignet. Einfach durch den Mana-Link. Alle anderen lila Helden werden danach schneller auslösen. Und wenn man die Fähigkeiten anders noch drin hat, dass man die Verteidigung runter senken kann. Zum Beispiel Kundchen in der Fünf-Sterne-Fraktion oder... Ich wollte gerade Rigat sagen, aber das stimmt gar nicht. Tiburthus, danke. Dann kann man das durchaus kompensieren. Und vor allen Dingen, wenn man langsame oder langsamere Helden als Mittel hat. Ich denke da zum Beispiel an Frick, die sehr langsam ist. Die freut sich über Maligner als Zeitkick. Weil das ist pures Mana, was man im Angriff bekommt. Dementsprechend ist sie für Monoteams was. Für Monoteams, das was ich gerade gesagt habe, gilt natürlich auch für den Titan. Im Titan ist sie super. Meistens hat man dann eh noch die anderen Fähigkeiten drin gesteckt. Elementar, Deathdown, etc. Und das ist natürlich... Da funktioniert sie. In der Verteidigung ist sie auch eigentlich egal. Weil es nicht schadet, welche Fähigkeit sie auslöst. Man kann es eh nicht beeinflussen. Und es ist ja so, dass es zwar auf drei Ziele geht, aber das heißt ja nie, dass sie drei trifft. Und es ist ja auch so, dass der Computer ja sich auch denkt, okay, ich greife das Ziel ganz links an. Hey! Dann treffe ich nur zwei Ziele bei einer vollen Fünf-Mann-Stärke. Dementsprechend ist es eh Glücksspiel und dann ist es auch in der Verteidigung vollkommen egal. Für Leute, die einen weiten Kader an lila Helden haben, ist Maligner dank des Mana-Boosts relativ gut. Und da ist das, was ich vorhin als negativ geschildert habe, deutlich zu vernachlässigen. Ihre Fähigkeiten sind nicht besonders überragend und kommen relativ selten zur Anwendung. Wenn, ist es sicherlich ein kleiner Nice-to-have-Boost. Ich persönlich werde keine Beschwörungen auf sie machen und das, obwohl im März die Season 4 rauskommt. Ich warte da bis April, bis der Held des Monats April rauskommt. Der hat auch den Mana-Link und da gibt es auch die Season 4 und da gibt es auch den Ninja-Tower etc. Nichts, wo ich jetzt unbedingt sofort machen müsste, würde diesen Held rechtfertigen. Bis ich so weit bin, dass ich sie leveln würde, hätte ich vorher eh noch eine lange Liste an lila Helden. Dementsprechend muss ich sagen, für mich ist es kein Must-have-Held. Im Gegenteil. Persönlich würde ich ihn aber eher so Durchschnitt einstufen von der Spielstärke. Dadurch, dass sie halt mit Grundangriff 766 jetzt auch nicht in der oberen Liga mitspielt. Da gibt es deutlich stärkere Helden, auch von Lila, die da mitspielen. Dementsprechend ist es ein Held, wo man Arbeit reinstecken muss, wo man vor allen Dingen viele andere Helden haben muss in Lila, damit das super funktioniert und damit man da was Fieses bauen kann, fiese Kombinationen. Das war es. Ich hoffe, Versuch Nummer 4 hat geklappt. Ich hoffe es für dich, Niklas, und für alle anderen. Sollte es nicht geklappt haben, einfach wieder schreiben. Sollte es euch gefallen haben, lasst mir einen Daumen nach oben da oder gebt mir einen Kommentar, wie ihr sie findet, ob ihr sie unbedingt haben wollt. Und ganz wichtig, werdet ihr darauf beschwören und was ist sie euch wert? Ich bin gespannt. Macht es euch was aus, werdet ihr, egal, so wie die Season 4 rauskommt, einfach drauf losbeschwören und in Kauf nehmen, dass er sie bekommt. Oder hebt ihr euch das Glück für den Held des Monats bis April auf? In diesem Sinne, macht es gut, ich hoffe es hat euch gefallen. Kommt gut in die neue Woche. Tschüss! Tschüss!